So, nochmal ein anderes Spiel, Treasure Wild, ist auch relativ neu von Pragmatic Plane, ne Yunus? Ja. Auch auf 1 Euro, ja das ist so, wie sagt man dazu, so eine Art Link Spiel, wo man, das kennt ihr ja vielleicht aus dem Casino Bereich, oder wie bei Sunfire, wo man, ja da sind es halt 5, ne Sunfire hatte damals bei Bali auch 6, also wir brauchen hier 6 Münzen, dann kriegen wir Freispiele. Und dann gibt es noch Truhen, und wenn Truhen und Münzen gleichzeitig da sind, sammelt der die ein. Und in den Freispielen mussten die Truhen kommen, ne, da wurde das, was in der Schatzkiste gesammelt wurde, dann ausgeschüttet, ne? Ja. Irgendwie so. Also alle Beträge werden quasi in der Kiste gesammelt und dann jedes Mal mit einer Kiste ausgenutzt. Da haben wir die Truhen, aber leider keine Münzen, aber die zählen noch als Wild, ist ja auch nicht verkehrt. Ich meine sogar, dass bei dem Spiel 5 Münzen reichen. Ja, waren es 5? Ich meine 5, ja. Bin mir nicht mehr sicher. Cut? Hatten wir noch nicht. Mal gucken, ob wir das sehen, glaube ich. Wäre schön. Ist ja auch prinzipiell nichts Spiel, muss ich sagen. Wir haben das ja mal so ein bisschen für uns getestet im Demo-Mode. Da haben wir zwei von den Münzen. Aber wenn jetzt die Schatzkisten dabei gewesen wären, dann hätte der die eingesammelt. Also wo das Spiel am Anfang halt rauskam, da hat das auch wie geklappt geschmissen. Aber das hält sich so jetzt nach ein paar Wochen in Grenzen irgendwie. Läuft leider recht ruhig wieder. Kommt aber auf gar nichts, ne? Nichts, ne? Nicht mal irgendwie so ein Zwischengewinn oder irgendwas. Ja, mal Münzen und Truhen. Ah, doch. Also ne. Musst du ja nur motzen. Musst du nur motzen, ne? Ja, muss wirklich nur motzen. Kommt ja sowieso keine Freischnitte an. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Naja, bei 220 ist dann aber Schluss. Wenn das Spiel so totläuft, dann macht das ja auch keinen Spaß. Gar nichts. Guck mal, da waren wir schon voll. Ich geh mal auf 80 Cent. Gucken wir mal, ob er da vielleicht zumindest mal was zeigt. Das ist Trostpflaster. So in etwa. Decidierungen. Wollen wir auch noch diese 10 und 5 Sekunden immer dazu. Ich glaube, das war mit unter anderem der erste Base Game. Unabhängig von den Münzen. 1 Cent fehlt und 220. Jetzt haben wir genau 2,99 Euro. Na gut, machen wir was anderes. Das ging nicht. So, wir haben noch was von Merkur. Mama Matizona, kennt ihr ja auch. Und da schaue ich mal. Mal hier mal was sehen. Boah, da rutscht der durch. Jetzt glaube ich auch noch, dass hier eine Hintergrundmusik läuft bei dem Spiel. Achso, der Yunis, der ist gerade mal kurz, müsste kurz mal raus. Er meldet sich gleich wieder. Das heißt, wir sind mal kurz unter uns. Und... Schau. Kommt aber auch schon nicht viel. Das ist quasi gar nichts. Das ist quasi gar nichts. Boah, läuft das zäh. Keine Schwerter, keine Schilde. Gar nichts. Ah, da kommt mal ein Schwert. ... ... Ne, da mach ich mal was anderes. Bis gleich. So, ich bin mal zu El Torero rüber gewechselt, das kennt ihr ja auch. Mal was von Merkur ausprobieren und schauen ob das mal was mehr macht, ein bisschen besser weiter. Tja, nun es läuft auch schon. Ich weiß nicht, Merkur läuft gerade etwas zäh, vielleicht geh ich noch mal zu einem anderen Anbieter gleich. Okay. 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 Oh. Schade. Okay. 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 So, auf jeden Fall auch mal wieder entspannt online mal was zu spielen. Okay. 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 Und das wäre schön, wenn alles wäre. Vielleicht wäre ich nicht so schlecht. Aber dann muss ich vielleicht Teil uns auf. Und? Schade. Die Damen kommen aber oft. Oh, ich dachte noch eine Karte. Leider dann noch nicht. So wirklich was weiß macht aber auch. Nicht bis jetzt so gehalten. Auch drei Spiele werden machen. Ein paar El Torero Freispiele auf einem Euro. So. 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 jetzt doch Vampires Night kam, stimmt. Aber naja. Gut, wir schauen mal nach einem anderen Spiel. Bis gleich, Leute.